Musik In diesem Video möchte ich euch etwas über die PAK zeigen, also so eine Panzerabwehrkanone von den Deutschen, also von der Deutschen Wehrmacht. Hier seht ihr einmal rundherum einen Blick. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch bitte einen Daumen nach oben und abonniert, um keine weiteren Videos verpassen und bis dann. Tschüss!